Grimes durchlebt gerade eine schwere Zeit. Die Sängerin steckt in einem intensiven Sorgerechtsstreit mit Ex-Partner Elon Musk. Es geht um das Wohl ihrer drei gemeinsamen Kinder. Der Konflikt, der im September 2023 begann, belastet ihr Leben und ihre Karriere stark. Ein besorgter Fan fragt sie auf X, warum sie keine neue Musik mehr veröffentlicht. Ihre Antwort ist bewegend, weil die Bedrohung, seine Kinder zu verlieren und gleichzeitig bankrott zu gehen, nicht sehr förderlich für kreative Gedanken ist. Ich habe nur geschlafen und jede Minute geweint, in der ich nicht explizit für meine Kinder gekämpft habe, gesteht sie weiter. Der Streit entfachte, als Grimes Mutter Elon beschuldigte, die Kinder zurückzuhalten. Angeblich verweigerte er ihnen den Besuch bei ihrer schwer kranken Urgroßmutter. Grimes machte ihrem Ärger öffentlich Luft und schrieb auf X, sagt Elon, dass er mich meinen Sohn sehen lassen soll. Daraufhin reichte sie Klage gegen den Unternehmer ein. Laut Page Six stellte sie am 29. September 2023 einen Antrag auf Feststellung der elterlichen Beziehung. Grimes und Elon Musk waren von 2018 bis 2021 ein Paar und sorgten oft für Schlagzeilen. Ihre ungewöhnliche Namenswahl für Sohn XAR-12 erregte weltweite Aufmerksamkeit. Neben X haben sie zwei weitere Kinder, Tochter Exa Darksiderale und ein weiteres Kind, dessen Name nicht bekannt ist. Trotz des Streits wollen sie für ihre Kinder zusammenhalten. Kürzlich wurden sie sogar gemeinsam bei der Haussuche gesehen. Ob dies ein Zeichen für eine Versöhnung ist, bleibt abzuwarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017